Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hast du Angst, dass ich das zu ihr sage? Wenn du das tust, zwingst du mich zu einer Entscheidung Und für wen würdest du dich entscheiden? Weißt du, alle Frauen werden misstrauisch, wenn ihr Typ mit Blumen nach Hause kommt Nach dem Besuch bei der Geliebten bringen sie immer einen Blumenstrauß mit Hm? Das wusstest du nicht? Aber ich opfere mich nicht auf Ist doch meine Entscheidung Ach ja, na klar Arbeiten mit dem Mann, den du liebst Was gibt's Schöneres? Gemeinsame Projekte zu haben Davon lebt unsere Liebe Möchtest du, dass wir uns trennen? Warum sagst du so was Widerliches? Niemand wird dich hier so lieben wie ich Und warum gibst du mir dann deine Liebe nicht? Warum spüre ich sie nicht? Was würdest du tun, wenn sie dich betrübt? Ich bin ja, nötig. Und weil sie nicht auf den Weg wie sie nicht auf den Weg zu mir haben Und so war, wenn sie ja, nötig. Ich bin ja auch immer so lieb. Und wer lieb. Und wenn sie nicht auf der Weg hin Vielen Dank.